Eine Million. Ich komme. Paranormales kann man am besten an Orten nachweisen, um die sich viele Geheimnisse ranken, wie zum Beispiel hier auf Schloss Burg. Aber sind wir doch mal ehrlich, wo begegnen uns Geister meistens? Entweder als verschwommene YouTube-Clips oder als pixelige Fotos. Oder in den neuesten Horror-Filmen. Hier komm ich nicht rein. Wer hat denn jemals ein Geistschaf abgebildet? Wer hat jemals den Beweis erbracht, dass es sowas überhaupt gibt? Ich behaupte mal keiner. Es verhält sich so wie mit Nessie oder Bigfoot. Da drin wurde die kleine Carol Ann in der Zwischenwelt gefangen gehalten. In Poltergeist, dem Horrorklassiker von 1982. Ich bin kein Geist. Ich bin kein Geist. Die Forschung, wo man in der Schule attackLine hat, die Farbe aus dem Leben leben kann. Manchmal erscheinen sie auch in einem Licht oder es strahlt ein Licht aus ihnen raus. Die Forschung konzentriert sich vor allen Dingen auf die sogenannten Nahtoderfahrungen, auf Sterbebettvisionen und auf Witwenerscheinungen, bei denen der verstorbene Partner erscheint. Was treibt denn jetzt so ein Geist an, immer wieder zu uns zu kommen? Die ältesten Gründe, die man angenommen hat, sind ein gewaltsamer Tod oder eine unsachgemäße Bestattung. Kann man einen Geist fangen? Nein, das geht nicht. Der würde auch sowieso ganz schnell wieder verschwinden, denn eine Geistererscheinung dauert in der Regel höchstens zwei bis drei Sekunden.